Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Wir spielen Yuvi gegen Balaz, die Picks sind absolut random, wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasst die Spiele beginnen. So, wer macht die Anmoderation? Mist, wir haben uns nicht abgesprochen. Wer moderiert an, wer moderiert an League of Legends gegeneinander, Lulu gegen Nunu. Okay, los geht's. Oder wie wir gerade schon sagen, Lulu gegen Nunu. Ja, das wird ein episches Match der epischen Matchigkeit-Zeug. Weißt du Bescheid. Jo, voll dafür. Ja, das wird jetzt ganz spannend, aber es könnte auch wiederum wirklich sehr, sehr lustig werden. Ich bin gespannt. So, jetzt bin ich gerade irgendwie nochmal panisch aufgestanden und muss mich jetzt erstmal wieder kurz ordentlich hinrödeln. Ach, Moment. Die Sitzpolster wieder ordentlich zurechtdrücken mit dem Hintern. Ne, das Problem ist, das Mikrofon irgendwo hinzustellen. Jetzt, warte, 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 warte. So perfekt ist es nicht, aber ich glaube, ich kriege es gerade nicht anders hin, ohne jetzt nicht nochmal aufzustehen. Naja, egal. Wird schon gehen. Ah, okay. Die Passiv ist ja toll bei ihm. Guck mal, hier ist funzelt alles. Ist das geil. Diese Effekte. Dieses Spiel hat die besten Effekte, die es gibt. Und es funzelt. Spielst du eigentlich mit Skin? Hast du ein Skin? Ja, ich spiele mit Standardskin. Okay. Nicht nackt. Ne, ne. Ich habe auch Klamotten an. Warte, ich ziehe mich mal schnell aus. Moment. So heiß hier. Er zöhnt den Yeti nicht. So, dann wollen wir mal auf ins Supporter-Duell. Bang. Oh, du kannst es auch slownen. Nein. Ja, das wird ein ganz schnelles Spiel. Am Arsch vorbei. Mein Hintern brennt. Mein Hosenboden brennt. Oh, da war ein Schild. Stimmt, du kannst dich auch schilden. Ich bin doch gerade am Abwaschen. Das kannst du nicht machen. Ja, dann asch nicht ab. Bist du selber schuld. Jetzt war ich gerade mit der anderen Hand gar nicht an der Tastatur. Ja, mit dem Rauchen auf. Nein. Verliere. Was sage, du Wurm. Du weißt doch, Rauchen tötet. Ja. Das ist ein Beispiel, Leute. Der ist wirklich gut. Ja. Aber es ist ja wahr. Mhm. Rauchen kann ihr und das Leben, das ihres LOL Charakters beschädigen. Das beschädigen. Das ist stark beeinflussen. Rauchen fügt ihnen und ihrem Team erheblichen Schaden zu. Genau. Wir werden nicht so lieben. Nein. Ach, das bricht ab. Das ist ja scheiße. Ja klar, ich kann dich verwandeln. Okay, dann habe ich eh schon. Dann ist meine Ulti praktisch schon mal sinnfrei, wenn du deine Versandlung noch nicht benutzt hast. Deine Versandlung. Falls du deine Versandlung noch nicht benutzt hast, ist meine Ulti sinnfrei. Ja, aber sie macht trotzdem noch ein bisschen Schaden. Und manchmal habe ich sie auch nicht frei. Also würde es noch gehen. Besser als Shenzu Ulti. Was? Warum? Keine Ahnung. Shenzu Ulti? Dazu braucht er einen freundlichen Champion. Achso, achso. So, ja, so meinst du, ja, 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 ich dachte jetzt, hä, das ist jetzt Ulti, warum sollten die mich unterbrechen? Ich war gerade noch beim Unterbrechen. Achso. Du bist heute nicht so schnell, meinst du? Ne, was? Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo, wo bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Ich habe Hunger. Gib mal ein paar Minions. Ah, da kommen sie. Da kommt, da kommt mein Mitternachtssnack. Au. Ja, was kommst du davon, wenn du mich angreifst, ne? Hey, du bist gar nicht nah genug am Tower. Lass das. Hast du AD-Ruhnen drin? Du hast gerade gekrittelt. Ja, natürlich habe ich AD-Ruhnen drin. What the fuck? Oh, das wird nix bei Alas. Das wird nix. Ist mir egal. Guck dir mein Item-Bild an. Ja, du hast nix. Oh. Oh, du hast hier ein vampirisches Zepter. Hey, was? Okay, egal. Ich hinterfrag das nicht. So. Ich hab'n Yeti. Echt? Großartig. Ich hab'n kleinen Drachen dabei. Scheiß auf kleine Drachen. Ich hab'n Yeti, verdammt nochmal. Die gibt's gar nicht. Der ist so süß. Der ist so süß. Und aber Drachen gibt's, oder was? Ja klar. Hast du noch keinen Drachen gesehen, oder was? So Hausdrachen und sowas? Auch genannt Frauen. Oh, 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 oh. Gefährliches Eis hier. Apropos gefährliches Eis, ne? Aber warum hol ich denn hier ab? Bewegen, bewegen. Bewegen? Ich dachte, ich kann's nochmal aktivieren. Nein, du musst laufen. Wie scheiß ist Lulu denn bitte? Nunu. Nunu, du weißt schon. Der Typ, den ich das spiel. Mit dem Yeti. Der so süß ist. Ich klicke nochmal, um die Ulti abzubrechen. Denk mir so, warum passiert hier nix? Scheiße. Alter, wie hoch halte ich dein scheiß Ding da prackt, bitte? Das ist ja hier zum, also... Nee. Lulu Power! Das möchte ich aber erwähnen, ich will nie wieder mit Yuvi spielen, ey. Der cheatet doch. Glaub nicht. Doch, ich glaub schon, ey. Also manchmal. Eigentlich hätte ich hier gerne irgendeinen Champion, den ich gut kann. Sowas wie Cassidy oder so. Dein Lieblingschampion. Ja, mein Lieblingschar, da ist das da. Hätte Yuvi keine Chance. Können wir in der Base stehen bleiben. Die Minions sind gefährlich, als ich mit Cassidy. Warum bist du schon wieder voll, verdammt? Mäp, mäp. Ja, komm, geh weg. Verpiss dich doch. Ja. Bei mir hat gerade noch jemand gestaubsaugt und das ist in die Uhrzeit. Also nicht bei mir in der Wohnung, aber im Haus. Boah, wenn die Putzfrau so spät kommen, dann ist die Pferdfrau schnell. Ja, die kommt gerne mal zu meinem goldenen Haus und... ...putzt bei mir. Mäp, mäp. Yummy. That tasted purple. Nee. Nur ein Wusch. Ja, genau. Hey, das ist... Ich hab nicht mal den Anfang von der Cass-Animation gehabt und der ist auf Cooldown. Den hab ich aber wiederum noch gesehen. Aber das war in dem Fall nicht absichtlich, das war Zufall. Ja, ja. Das ist aber eh schon wiederum. Wie? Wie? Ballas ist depressiv. Ballas kann einfach nix. Ich geh mich jetzt ritzen. Ich hab hier mein Handy, ich ritz mich jetzt. Das heißt, das hat keine scharfen Kanten. Mann, nicht mal das kann ich. Muss die Verpackung, hätte ich fast gesagt, das Plastikzeug abmachen. Nicht Plastikzeug, da ist kein Plastikzeug dran. Das ist ein Klotz. Es heißt Klotzi. Warum krieg ich immer nen Nakel? Hey, was? Von wo schießt du denn? Scheiß Drache. Der hing an einem Minion. Guck, kann ich da ansetzen? Bus. Schmeiß. Mach Schneeballschlacht hier. Dann gibt's Kreuzfeuer. Ja, komm ich eh nicht mehr hinterher. Komm, hier. Was macht der? Ich weiß nicht, was macht das Ding. Bin ich schon wieder tot, ey. Jetzt bin ich in Reichweite. Bam. Und ich bin tot. Warum nur? Lulupower. Ach ja, so, das ist eh rum. Ah, Mann, nur. Ich hätte hier gerne mal ne Irelia oder sowas. Kriege ich auch nie das, was ich kann. Wo ich rede ja auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. Geiler Spruch von dem Verkäufer. Have you considered riding a boar? Das ist bestimmt keine Anspielung auf Sejuani oder so. Nein, nein, niemals. Woin. Du hat's nicht geräuscht. Äh, Batman. So, jetzt geht ade Lulu los. Na, jetzt hab ich dich mal zum Einkaufen geschickt, ne? Ja. Ja. So. Du stehst eh schon wieder in der Nähe von deinem Tower. Na ja. Wollte ich nicht in die Nähe gehen, ne? Wie lange hängt dein Kack Drache eigentlich an mir dran? Äh, der muss doch irgendwann der Welt. Sechs Sekunden zurückkommt. Sechs Sekunden hängt er an dir dran. Oh Gott, ey. Den kann ich nicht fressen, oder was? Hey, effektiv kann ich mir immer noch nix leisten. Keine Ahnung, nehmen wir das. Den nimmt es weg. Juhi, schummelt. Wie immer. Quatsch, gar nicht. Nein, Lüge. Oh Gott. Ja, komm, deine Range ist viel zu groß, ey. So, ich bin nicht schon wieder tot, komm. Deswegen bin ich in AD, Lulu. Was bringt's? Das nutzt eh alles nix. Ne. Wobei das gerade auch schon wieder knapp war. Ja, pff. Geschenk, du bist bei mir durch. Ich hab noch nicht mal einen deiner Tower überhaupt angekratzt. Halt doch. Ich hab sogar 43 Schaden an einem von deinen Toweren schon gemacht. Wow. Aber Lulu kann ich auch kein Stück. Also es gibt ja wirklich Leute, die mit dem echt gut spielen. Und die einen Gegner einfach zu Tode harassen und nerven und was nicht alles. Aber ich kann das auch mit dem überhaupt nicht. Ich hab das Gefühl, dass deine Range mit Lulu einfach auch wieder größer ist als meine. Ja, dafür bist du tankiger im Regelfall. Ja gut, was nützt es mir? Wenn ich's mir hier. Wenn ich's mir hier. Wow. Das hat weh. Ja, Polymorph, genau. Ach Gott, ey. Das hat alles bei ihm viel zu lang cool dann. Okay, ist auch wiederum. Ja, Nunu hat keinen Swag. Ne, Nunu hat gar keinen Swag. Aber er hat einen Yeti, das ist cool. Ja, er ist halt ein Hipster, ne? Ja. Aber krieg ich noch ein Level ab, bevor es zu Ende ist, oder nicht? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss. Ich glaub's. Ich hab Level 15 erreicht. Sehr cool. So, nein, eigentlich nicht. Nunu ist auch doof. Aber er hat Yeti. Der ist so süß. Der ist so süß, das ist so süß in der Welt, der. Wie so ein kleines Robbenbaby. Genau. Die sind auch alle ganz süß. Die sind auch alle ganz süß. Ich mag auch Ebertran. Echt? Der ist auch so süß. Nee, nee. Wird aus Robbenbabys gemacht. Boah. Glaub ich nicht. Ich glaub, das war irgendwas aus Walen, oder? Egal. Nee, irgendwas Frischiges auf jeden Fall. Äh, keine Ahnung. Ist egal. Ja. Genau. Das war mal wieder eine Runde, ne? Ja, genau. Und wir sehen uns dann zumindest, was League of Legends angeht, wieder nächste Woche. Bis dahin dann. Tschüssi, Kowski. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.